Und damit herzlich Willkommen zu Uncharted Teil 2. Wir müssen auf den Zug springen mit Nathan. Wir sind in den Kapitel 13 zügiges Vorankommen. Wir gehen rein. Geht das nicht rein? Ja, wir sollten hoch. So, und natürlich hoffe ich, dass wir jetzt irgendwie nicht irgendwie in den Tunnel oder so kommen. Das ist uns erstmal egal. Jetzt können wir nämlich über die flachen Waggons gehen. Waffen sind immer gut. Okay, dann wird ja nichts... Scheiße, jetzt sind da mehr Gegner. Die ganzen Waggons sind wahrscheinlich voll mit Gegnern. Hey! Oh, was das? Tut mir leid, Jungs. Fahrscheinkontrolle. Entschuldigung, Kollege. Gute Nacht. Da sind wir wieder oben rum. Bestimmt wieder oben übers Dach oder was, ne? Ich finde sie einen Weg um die Tür herum. Was sind Sie noch? Was sind sie denn? der war eigentlich bist du aber es ist kann ich in berg wenn sie aus dem fenster das machen wir doch und so der richtige weg ja anscheinend schon immer schlafen umso weniger gegner umso weniger gegner ich habe umso besser und der guckt da noch ok dann das heißt wir müssen oben rumgehen gute nacht schuldigung und du gehst schwimmen so kommt da noch wer oder ist das thema jetzt gerade gegessen oh 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 Vorsicht! Das war eigentlich nicht so geplant. Wir brauchen einen Panzer! Untertitelung des ZDF, 2020 So, gut. So, jetzt sind wir hier bei dem Zug schon heute mal. So, jetzt sind wir hier bei dem Zug. 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 Aua, jetzt bin ich zu weit hochgegangen. Engel, dies. Es ist Albe. Die Teile, dies. Gib mir mir. The Teile, dies. Die Teile, dies. Es ist Albe. Das ist Albe. Ich muss hier raus. Der dreckige Penner. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was passiert ist mit dem Zug. Ja, das ist durchaus ein bisschen Action. Und wir sind in Kapitel 14, Tunnelblick. Entschuldigung. Und wir sind in Kapitel 14, Tunnel. 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 es waren die letzten paar dinger und hoffentlich haben die immer noch narka oder so rumliegen und vier mein oder war nach 47 oder das ist meine gewesen ja es war eine meine ok du gehst mir gute aber das signal habe ich gesehen hinter mir ich wollte mich die munition rollen ein kollegen nehme ich mal direkt mit verdammt ich wollte euch da noch rein jetzt müsste ich nämlich in den zug rein vor der chef signal da kommt er denn achten sie sind mit der schrottflinte gute nacht dein kollege schießt sich mal mit direkt weg da was kommt sie mal her bitte oh Gott sei Dank mal gerade bisschen orientieren bisschen Energie tanken gut AK ist immer gut und wir sind drin so ein Schatz drin was haben wir gefunden ein tibetischer Sattelring wir haben 10 von 100 gefunden ja es ist jetzt blöd dann müssen wir wohl wieder über den Zug du musst ich meine ich ich und ich Klettern sie durch das Oberlicht hier raus, okay. Ah, das schauen wir mal. Machen wir das doch. Es sind ja bald... Ah, sind noch mehr von den Frügeln. Kollege, gute Nacht. Der kann nicht viel machen. Ach, du willst also mal alles. Ausweichen, ausweichen und drauf und gib ihm. So, der Kollege ist ausgeschaltet. Der ist nicht ohne gewesen. Das war wieder für die AK-Munition. Ja, immer Munition für die AK. Sehr gut. So, 50 Dominion mit der Mikro-MP. Wir schlagen uns jetzt eine ganze Weile schon auf dem Zug herum. Ob wir das jetzt schaffen, da wirklich ein Leben draus zu kommen und unsere Freundin zu finden, das schauen wir mal. Bis in der nächsten Folge auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Ciao.